Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Ternal Sonata, wir haben aufgehört beim Speicherstand, genau. Okay, was habe ich vorhin jetzt gerade hier gemacht? Ich wollte mir die Fotos ansehen, ich habe bemerkt, ich habe nur Stufe C Fotos, also Rang C Fotos. Ich hätte etwas näher hingehen müssen, aber generell, ich werde jetzt von jedem Boss mindestens ein Foto aufheben, damit wir uns das Ganze ansehen können. Und werfe jetzt erst einmal die weg, die ich überhaupt nicht brauche. Eines dieser Rang C Fotos möchte ich verkaufen, das heißt, die zwei lasse ich jetzt einmal aus und die verkaufe ich. Ah, die werfe ich weg, die werfe ich weg und die werfe ich weg. Gut, somit hätten wir nur noch drei Fotos, die Ratte und dieses Bossmonster. Nein, wollen nichts wegwerfen. Okay, sind wir bereit für einen Bosskampf? Ich denke mal... Ich denke mal, es kommt jetzt ein Bosskampf. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hörst du das? Es beginnt zu füllen jetzt auch. Wir sollten aus dieser Sturm rauskommen. Ist es ein Ort hier, wo wir Hilfe nehmen können? Hm, da bist du. Hm, da bist du. Was? 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 Was. Was? Was? Das ist, was. Was? Und auch noch so ein Achtung. Gescriptet. Was für ein Achtung. Ich denke, ich sollte jetzt wieder zurückkommen. Ich bin sehr dankbar für die beiden. Oh. Ich denke, für den Zeitpunkt. Ich denke, er ist gut für jetzt. Er sieht wieder wunderschön. Vielleicht hat er die Leuchten. Vielleicht ist das, was seine Seizur hat. Ja, Frau, das kann sehr gut sein sein. Aber ich habe eine Wunderschöne, dass das nicht die einzige Ursache war. Ich denke, heute wird es wichtig für seine Rückkehr. Nicht toll. Geht es uns jetzt gut? Geht es Chopin? Frannic? Chopin? Es ist gut. Oh, Beat. Es sieht aus, wie all die Reine und Leuchten haben gestoppt. Danke. Hey, Beat. Habe ich gesehen, dass du da hinten schraubst? Was? Keine Chance. Ich war nicht schraubst. Oh? Wirklich? Du hattest mit deiner Kamera für liebe Leben, nicht wahr? Lass uns einfach rauskommen und rauskommen, okay? Wirklich? Keine Chance. Schau. Das ist gar nicht so lecker. Die Schenke zu offen, nicht zuhause. Das ist alles für mich. Lecker. Oh, wir machen uns das hin. Was geht denn in den Schatten? Sofern er es noch schafft. Immers Tyler! Und Level Up! Genau, wir hatten ja nur noch eine Erfahrung. Sehr, sehr schön. Das war ein beängstigender Lacher. Irgendwie. Wir müssen uns schnell wieder umrüsten. Bei Beat. Zwar Fireflash, aka Feuerstoß. Worüber sich Chainsummon 16 schon sehr freut wieder. Und wir gehen aber lieber weiter. Wir haben keine Lust extra noch mal zu kämpfen. Jetzt kann ich ja den direkten Weg gehen. Ich brauche mich nicht mehr um die ganzen Thronen kümmern. Ei! Überraschungsangriff? Ich bin kein Geist. Ich bin kein Geist. Ich bin kein Geist. Er hat überlebt. Firefly! Firefly! Du hast es drauf, wie es. Okay, jetzt sind wir glaube ich wieder genau dort, wo ich besiegt wurde. Mit der anderen Gruppe. Ich glaube, hier sind noch ein paar kleine Gegner. Ansonsten sollte ich schon da sein. Oh, großer. Ja, hier war der Speicherstand. Hier sind wieder die Monster. Nur diesmal sind hier hinten auch Monster. Das heißt, ich schätze wir dürften hier nochmal durchgehen. Hey, da steht ein Typ, den will ich anreden. Du bist besser zurück! Du gehst runter! Hier ist noch einer! Ja! Firefly! Sehr schön. Das war ein Stück Kacke! Was geht mit dir? Ja, verflixt meine Frau, die alte Hexe. Ich halte sie nicht mehr aus. Tag und Nacht beschwert sie sich nur. Als wenn ich erstmal in ihr Gebiss gebrochen... ...zerbrochen... ...lesen! Kann sie nicht mehr viel reden. Einfach so. Knacks! Voll krass! Ja... Was ist das eigentlich? Ich kann es nicht anreden. Ich kann nichts mehr... Aufhörn-Computer! Hm... Ziemlich steiler Weg! Ich würde da nicht so leicht drauf kommen. Kacin! Hey, das dürfte schlecht von der Zeit sein. Aber... Anscheinend müsste ich wieder durchspielen... ...bis zum nächsten Part. Das heißt... Keine Verabschiedung. Und wir sind wo? Dorf A'Gogo! Sehr schönes Dorf. Da würde ich echt gerne leben. Ich weiß, dass jetzt eine lange Cutscene wieder folgt, aber ja. Ich kann es leider nicht erinnern. Ich möchte nicht bei 9 Minuten 30 aufhören. Das heißt, ich mache einfach weiter. Oh, krass. Es endet endlich zu regnen, also natürlich finden wir jetzt ein Haus. Hey, ich glaube, ich sehe jemanden da oben. Hello there. Um, do you live in this house? Yes, I do. My name is March. Nice to meet you. My sister and I are the guardians of this forest. So it's just the two of you, alone, all the way out here? Must be tough. March. Not at all. I suppose it is dangerous sometimes, but my sister always manages to take care of things. Lately though, I must admit, I've been surprised at how many guests have been showing up around the forest. Oh, da oben sind Füße. Das ist doch... Oh, da oben sind Füße. Und jetzt hat es... Ich muss hier...